Was läuft bei euch? Was läuft? Damn, was für ein Squad, Alter. Nein! Digger, was ein Upturn, Alter. Wirklich. Ihr habt gesehen, wir haben die 100 Abonnenten erreicht. Wir sind auf jeden Fall next level. Ihr wisst, was abgeht. Das nächste Ziel sind die 1000. Und danach wird die Messlatte sehr hoch gesetzt. Und dann ist das nächstes Ziel 10.000. Ich habe für euch auf jeden Fall Special. Come on, mate. Nicht mit mir, Junge. Warte, 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 warte. Nein! Verdammt! Worauf ich hinaus wollte. Ich habe auf jeden Fall ein krasses 100 Abonnenten-Special am Start. Das werde ich auf jeden Fall für Montag releasen. Das wird auf jeden Fall ein mieser Supercut, vertraut mir. Auf mein Wort kann man sich verlassen. So, und jetzt müssen wir diese kleinen Kids hier weg snacken. Aber langsam wird es hier ein bisschen lächerlich. Ein bisschen, wenn wir den snacken, sind wir krass. Damn! Ach, schöne Sache. Mann! Was machst du in meinem Feuer? Das ist amazing, Shaxx. Das ist richtig amazing. Yo, entspann dich, Rambo-4, Alter. Wirklich. Ah, shit. Wir müssen ja die Existenz mancher Menschen vernichten. Goddammit. Jetzt werden wir komplett vernichtet, Alter. Sehr dumm, mein Freund. Sehr, sehr dumm. I need this more than you, I think. Sehr, sehr dumm. Damn, man, man. Come on. Ey, legt euch nicht mit dem Jesus an. Destiny 2 ist Jesus, Junge. Damn, Alter. Die Waffe ist richtig lächerlich gut. Oh, Bruder Splosh. Du bist ein wahrhaftiger Ehrenbruder. Oh, shit. Damn, my man. Come on. Shit. Da war einer. Zu viel. Freund, ein Tipp. Von den User dieser Waffe. Benutzt die, solange ihr könnt. Die wird nicht mehr am... Nicht... Fuck! Wieder, worauf ich hinaus wollte, weil ich schon wieder unterbrochen wurde. Benutzt die, solange ihr könnt. Weil die wird es nicht mehr geben. In der nächsten Season. Fuck. Come on, mate. Goddammit. Ey, bitte. Ich bitte euch. Ja, ganz, ganz gut, dass du jetzt hier einen Bubble hinsetzt, wo sowieso kein Arsch ist. Sehr gute Lebensentscheidung. Definitiv one out of ten. Oh, shit, Alter. Oh, shit, Alter. 48er. Damn, der wird zerfetzt. Damn, der wird noch mehr zerfetzt. Oh, man. Oh, man. Come on. Hallo Fuck off Da fehlen mir die Worte So eine Dreistigkeit lasse ich mir bestimmt nicht bieten Ist ja lächerlich Oh wie ich das überlebt hab Fuck off du Penetranter He 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 boy Zu wild für euch beide Digga irgendwo Schimmelt hier einer noch Shit Damn Der Monster Ich bin ein Monster Junge Ja jetzt geht's ab Jetzt wird's unangenehm Jetzt wird's anders unangenehm Aber ich hab hier ein kleines Problemchen Damn Damn my mans Nein Goddammit Shit Das war dummes Fuck Scheiße Digga wie viel Wallhack hab ich hier noch Das gefühl schon seit einer halben Minute da am Start Digga Hardcore Alter Guckt euch das mal an Team Carry ist auf jeden Fall am Start Alter Was geht hier Tim Ich phade ich dir auf jeden Fall Ich mach mich 세�